Auf der Quilch Erst dann machst du eine Mitte? Klar Boah, jetzt noch ein Quilch? Kacau Nord und ich Grün Alles klar Wir haben Kontakt, Jungs Aufteilen, scout sich auf maximale Höhe Und guckt doch ab und zu mal nach eurem Scout Wenn er down ist, neun starten Gleich raus, Mauro Jo Oh, Kita Ein SS Süd Ist schon abgetaucht auf F3 Ja In der Mitte schmeiß die Kita an, Torps Dann einer von den Zweien bitte mit ner Roten fahren Du kriegst den Süden Torpedobomber auf Zug Alam Ja Reicht eins, wenn eins im Norden hoch fährt? Das ist nämlich Mitte abgetaucht, das SS Ja, Synchron Ach, die Minuten auf Jungs Meist sind wir gut Nein, vorrause Ich dürfte im Süden ruhig bis hin poschen Geh, Seine Augen Eine Augen Ja, wenn wir uns jetzt nicht allzu doof anstellen, dann haben wir den Torpedobomber verteidigt Besser hol dir die Fighter Wie du hörst, sagst du? Hol dir die Fighter in der Mitte Sonst hink zwei oder drei durch Mach's nochmal Mach's nochmal Mach's nochmal Das kommt von Süden wieder auf G4, Torpedobomber Ratze, guck, da kommt Torpedos Schale Süd Schale Süd Ihr seid im Süden dunkel, ne? Da kommt trotzdem die Schale rein So muss hier ein SS zu Anfang fahren Schön KV ist gepanzert KV Süd gepanzert KV Süd ist gepanzert He's down Trotzdem noch einige AI-Schwells Trotzdem ist er Trotzdem ist er Norden dunkel Mit Und das? Kakadu, pass auf, du fährst weit vorn Es steht zu viel dunkel da oben Gissen auf Sporzen Kakadu Kakadu, umdrehen KV D geht auf Also D Neuerskalk feiern heute Kommt Flug nicht mehr hinterher fahren, Dream Ja, ihr wollt jetzt noch mal rein drücken Musst ihr jetzt down gehen, wenn ich noch drauf So, alle raus, ob ihr neu haust Ja, völlig Bei 22k haben wir reingedrückt Norden ist wieder dunkel So, Süd durchburschen Süd durchburschen Norden dunkel Süd dunkel Die Mitte den Norden unterstützen Mitte dunkel, kannst du so durch in den Loch rein Nora 3 ist aus Ja super, ich bin schlecht Die Mütze durchfahren und den Träger holen Holt euch die Holt euch die Midway Ui Nice Sehr schön Schön Jetzt knallt die Mogami weg Die hab ich jetzt oft genug fahren lassen Bevor die gleich nochmal drin ist Holt die weg Da hinten, oder was? Zwei U-Boote holen sich mal eben die König Albert Schnell Ich bin außen und eh ans Erleden Aber also erstmal Norden kann unter die Range fahren, ihr seid dunkel Stopp, ich hab's in Scouts training, komm schon Norden ist hell Was ich Lass die U-Boote das doch machen Seite, gib mal Gas Ich bin rot und ich fahr Overheat, hab kein Overheat mehr Nord, danke Knallt den weg Der Schießt auf Spurzen So, der Süd kann schon mal komplett verlassen Oh, da in der Mitte ist noch ein U-Boot Ach, da ist noch ein U-Boot Oh, da ist noch ein U-Boot CCVs alle auf das U-Boot stürzen Ihr müsst jetzt noch ein U-Boot weg Ist jetzt noch ein Raum auf? Ja, D und I Ja D ist gerade losgegangen Sehr schön Richtig Gut, dann Emil besetzen Alle, die frei sind, Emil besetzen Musst du den gleich los Bitte warte noch ein bisschen Alle, die morgen noch sterben, rausgehen, neues Schiff und breithalten Bomber Oh, oh, hier sind wir jetzt noch in Assess und im Bibi Na gut Das ist noch ein Ableter Und dann wäre es noch eine Y- monte in Assess Und dann wäre es noch lecker Daher sich auch zack-as-Tes